Schaden, oder? Ich kann es ja jetzt nur auf ein Ziel schießen, als ob das jetzt irgendwie ein Problem wäre, als ob das andere Einheiten nicht könnten. Ja, geil. Alter, was ist das denn für ein Unsinn? Ja, toll, das habe ich doch effektiv schon verloren, oder? Ich meine... Ja, ich kann nichts mehr machen. Boah. Auch was ist das denn für eine unfaire Scheiße? Äh, wie soll ich den denn jetzt aufhalten? Na, komm. Ich habe wieder Lust, einfach Schluss zu machen. Gut, jetzt habe ich kein Geld mehr und der hat irgend so einen Überpanzer. Ja, toll. Ah, das ist doch nicht wahr. Super, ich kann ja nicht mehr brauchbare Einheiten bauen. Ich kann doch nicht so billige Einheiten bauen, weil alles andere irgendwie zu viele Ressourcen frisst. Ja, toll, jetzt müsste ich theoretisch mal die ganzen Sachen da wieder bauen. Lass mich raten, sein Panzer nimmt da drin auch keinen Schaden, weil... Dazu auch. Ich habe nicht mal Geld. Du hast mir ein bisschen Geld. Also, ich müsste im Prinzip jetzt auch langsam schon wieder angreifen, weil wenn du halt nicht angreifst, dann hat die KI plötzlich ohne Ende Einheiten. Ach, komm schon, jetzt kommen wir hier wieder einzeln angeschissen, damit ich ja nicht wegfahren kann, ne? Natürlich. Können wir mal ein bisschen schneller fahren, wozu habe ich euch so schnell gebaut? Er kommt ja wieder mit seinem Kackpanzer da angeschissen. Sag mal, heilt er sich auch noch? Oh, geil. Oh, fahrt mal weg. Wie oft hat der denn die Scheiße? Ja, okay, da drin brauchst du gar nichts, was weitermachen. Das lohnt nicht. Das Ding da unten ist unweigerlich verloren. Immer wenn ich da reinfahre konnte, ist er ein Panzer. Ja, komm, vergiss das. Armutpanzer heilen sich nicht. Die heilen sich nur bis in den grünen Bereich und dann hören sie auf. Ach, jetzt kommen wir auch noch in die Basis gefahren. Ja, komm, fick dich. Das habe ich eh verloren. Wollte ich nichts gegen diesen... Wie zur Hölle sollen wir den wieder schon stoppen? Der killt halt alles, was ich ihm entgegenwerfe, mit einem oder zwei Schüssen. Oh nein, bessere Einheiten bauen ist ja keine Alternative. Die kosten aber ich... Da kann nur Kanonen auf jeden Fall ein Ziel abfeuern. Was? Das können doch alle Einheiten nur. Keine von diesen Einheiten kann auf mehr als eine Einheit gleichzeitig schießen. Was laberst du das Spiel? Als ob das jetzt irgendwas Besonderes wäre. Das war ein Unsinn. Wow, der steht da einfach drin und nimmt gar keinen Schaden. Geht's noch ein bisschen unfairer? Wie oft hat der dieses Zeug? Ja, toll. Sag ja, da unten brauche ich gar keine... Ja, da oben ist das Prinzip auch nicht. Ich brauche das Prinzip nirgendwo... Ich rede jetzt von vernünftigen Commander in Konkertal, nicht dein... Samma! Ja, komm, wie willst du das denn schaffen? Ja, okay. Ja, keine Ahnung, wie du das schaffen willst. Was? Willst du mich verarschen? Wie soll das denn bitte schon gehen? Wie soll das gehen? Diesen Panzer bekommst du doch nicht platt. Es geht, ja toll. Auf welcher Schwierigkeitsgrad Stufe denn? Und was soll er muss dran machen? Ja, wahrscheinlich 2 Millionen Einheiten bauen. Ja toll, ich habe ja nicht mal eine Basis richtig angegriffen. Habe ich jetzt fast geschafft, den da auszuschalten. Ach komm. Ja, Glück. Hm. Ja, schön. Hast du auch mehr Glück als alles andere, oder? Also du bekommst ja keine Punkte, weil ich nicht gewonnen habe und nix. Äh, das ist ja auch komplett für'n Arsch. Ach so, ja, ich wollte ja so tun, als würde es mich interessieren, dass ich was habe. Raketenbeschuss. Ich habe nur Raketenbeschuss oder Atomrakete. Was anderes habe ich nicht. Das Laufste von Fusionslanze. Ich kann da nix auf mein Fusionsding drauf bauen. Ich habe Raketenbeschuss und Atomrakete. Geht das noch irgendwo? Ionenkanone. Ne. Auf einhalten. Ja, die sind wahrscheinlich wieder un... Neue Einheit. Zwingesflammdüse ist für'n Arsch. Fusionsstrahl. Ja, das kann in die Luft schießen, das Ding. Äh... 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 Ist sogar billiger, weißt du? Basisschaden 8. Oh Gott. So, das hat noch so, so, so. Panzerung, aber Basisschaden 8. Wirklich. Raketen hat auch noch den höchsten Basisschaden. Was ist denn das für'n Unsinn hier? Weil das andere ist dann einfach schlechter. Und wieso macht Laser keinen Schaden gegen Infanterie? Das ist doch auch Unsinn. Oh... Ah, dafür hab ich den gar nicht. Jetzt hoffe ich, dass die geändert wurden, das muss man auch noch irgendwo da reinzufügen. Ne, hat er schon, okay, gut starten wird wahrscheinlich wieder nix, weil ich keine Ahnung habe wie ich diesen fetten Panzer killen soll. Tolles Spiel, macht fast schon ein bisschen Spaß das Spiel. Aber nur fast. Da muss man noch eine Refinerie, die warst du mal nach da drüben. Komm, bisschen schneller als sonst. Strom. Na komm. Ich brauch Kohlen, Junge. Kohlen. Hm. Hab ich da überhaupt das Lusionsdinge, ne? Ja, das ist gleich mit Kraftwerken, nicht so viel Strom, glaub ich. Ja, jetzt hab ich das auf Fahrzeuge gebaut, ne? Ich hab das nur auf meine Panzer gebaut, weil... Warum? Weiß ich auch nicht so genau. Weiß ich auch nicht so genau. Ist ja auch egal. Ich will den Panzer damit eh nicht platt bekommen. Mh. Ja. Boah, ich würde das mal gehen. Aber ich werde das nicht so gut, glaube ich. Willmix fertig, ja. Das ging auf dem Paket nicht, das ist auch kein Argument. Wieso habe ich hier überhaupt noch? Ich habe drei Infanterieinheiten als Star-Einheiten. Vermute mal, der hat mindestens genauso viele Star-Einheiten, wenn nicht sogar mehr. Das bedeutet, es ist sinnlos, ihn damit anzugreifen und direkt mal am Anfang Truppen wegzumachen, das wäre toll. Brauche ich mal noch ein Kraftwerk und dann können wir gleich nochmal... Ja, ich muss jetzt mal Einheiten bauen, sonst wird das wieder alles nix. Sonst wird das alles nix. Ich könnte versuchen, ihn jetzt anzugreifen, aber wahrscheinlich hat er schon mehr Einheiten als ich. Also wird er mich wahrscheinlich gleich angreifen. Kommen schon, fertig erobern und so. Fertig erobern. Brauche gleich wieder Strom, ne. So, du gehst nach da. Und du gehst nach da. Und du gehst nach da. So, ich überlege jetzt einfach mal anzugreifen, da hoffen wir, dass er noch nicht so viel hat und ich ihn vernichten kann. Das Problem ist, wenn ich mich verschätze, ist es halt vorbei, ne. Schon wieder. Und da ist die eine tot. Aber er kommt da vielleicht durch. Danach brauche ich euch. Schon wieder keine Kohlen. Ich habe keine Kohlen. Spende mir doch mal auf Patreon, damit ich mehr Geld im Spiel habe. Und wenn ich jetzt mit allem angreife, dann bin ich halt schon wieder gefickt. Ach, das ist doch nicht wahr. Wieso kommt ihr jetzt schon wieder hier angeschissen? Wie ist ihr so weit weg? In 10 Minuten lasse ich in Ruhe, dann geht's los. Ja, toll. Das ist viel zu wenig Zeit. Und ich merke schon, wie sie mich 10 Minuten in Ruhe lassen. Ich sehe es richtig. Äh, schwere. Ich merke richtig, wie sie mich in Ruhe lassen. Ja, ja, so richtig, was nehme ich in Ruhe, du. Mehr oder weniger in Ruhe. Ja, die greift ich halt an, oder. Sonst lassen sie sich praktisch in... Ja, ja, so richtig in Ruhe lassen, nehme ich, du. Das ist ja... Okay. Okay, aber hier greifen die einen ja so gut wie gar nicht mehr an, also in diese Richtung, deswegen fahrt ihr jetzt mal da hin. Das Problem ist ja aber schon wieder nicht genug Zeug. Ich brauchte vielleicht noch ein Kraftwerk, wäre vielleicht klug noch ein Kraftwerk zu bauen. Oho. Ich brauch nur ein Kraftwerk. Ich kann ja noch die Superwaffe bauen. Ich gucke hier auch schon wieder langsam mit Kohlen aus. Ich versuche es nicht einfach mal vielleicht, einfach um zu wissen wie es da ist. Wahrscheinlich auch nicht, vielleicht. Mit diesem Panzer bekommst du doch nicht kaputt. Was? Welche, welche Raffinerie wurde jetzt? Wieso sagt mir das Spiel denn nicht, dass ich angegriffen werde? Sag mal, dieses Kackspiel. Großartig. Wurde sie mich in Ruhe lassen? Toll, ist aber auch den Punkt verloren. Ja, geil. Was fehlt mir denn noch? Ich glaube noch keine Kaserne. Mach halt auch keinen Schaden, ey. Dieser Laserbring, ey. Dieser Ding bringt überhaupt nichts. Der Extraschaden ist viel zu gering. Und Mensch, ich werde Schaden zu machen. Ja, gegen Türme vielleicht. Türme fahren halt nicht in meine Basis rein. Ja, kannst du vergessen. Ich glaube, abseits von Raketenwaffen ist ja alles Müll. Die konnten auch in die Luft schießen. Okay, ja. Zertiere ich. Ich würde sagen, die machen das schon, aber ich glaube nicht so ganz, dass sie das machen. So, wo ist meine Infantriereinheit? Habe ich irgendwo wohl in meine Kaserne gebaut? Okay. Ich habe gar nicht die Gelder, um da mehrere von zu bauen. Und wenn man so ein bisschen von der Seite angreift, können wir an die Türme nichts machen. Ja, das Ding ist komplett für den Arsch. Da fehlen mir aber wieder nur die ganz schlechten Sachen. Ja, guck mal, wie wenig Schaden du damit machst. Gibt es denn nichts, Tore und nichts. Ich habe ein Roket für dich. Nein, ich habe viele Rokets für dich. Vergiss es, damit kriegst du nichts tot. Was, der Panzer? Oder was ist das? Dieses rote Laufen. Jetzt greift es halt nicht zuerst die Gebäude an, sondern die Einheiten, die euch töten. Was ist denn mal damit? Ja, die Dinger machen halt überhaupt keinen Schaden, dieser Scheiß. Was war das? Ich habe vergessen, wie das Ding heißt. Plasma-Fusionsstrahl da. Das macht halt gar nichts.